Was ist dein Plan? Ich suche meinen verrückten Bruder. Als wir zuletzt von ihm gehört haben, war er in Frankreich. Wir müssen also beide nach Frankreich. Es ist eine Geschichte von zwei Jungs, die in der Welt vollkommen alleine unterwegs sind und sich zusammentun. Es ist eigentlich eine Geschichte auch über ihre Familien und was Familie für sie ist. Ich bin Gillen übrigens. William. Gillen is a really nice guy from London, really crazy and he is very supportive and he will always want to do good. William is a Congolese refugee. He is trying to get into Europe and he is looking for his brother. His brother made it to France. Ich suche meinen Bruder. Hast du eine Aufenthaltsgenehmigung? Wir haben gerade so viele Probleme mit der Polizei. Ich brauche dich als meinen Freund. Es war tatsächlich so, ich habe keinen anderen Schauspieler für Gillen getroffen als Finn und ich habe keinen anderen Schauspieler für William getroffen als Stefan. Jedes Ding, das wir gemacht haben, war verrückt, riskant und dumm. Es sind halt beides coole Jungs, ja? Oder kluge, reflektierte junge Männer. Wir sind sehr nahe, wir sind sehr nahe, wir sind sehr nahe, wir sind zusammen für drei Monate. Ich denke, du bist immer nahe zu den Leuten, du bist mit der Arbeit. Aber, er ist ein sehr schöner Mann, ein fantastischer Akter. Er hat viel Liebe für Stefan. Wir finden einen Weg. Versprochen. Versatile vor allem. Drei vor allem.